Ich denke, dass du deine Maske aufhörst. Das ist der Depot. Du weißt, was du tun musst, aber behalte es ruhig. Wenn der Alarm geht, werde ich dich ausprobieren. Ja, 75. Ich wollte gerade sagen. Ist auch ein Level-Up bei mir. Gott, soweit ich hier berüchtigt bin, will ich unbedingt diesen Auftrag als allerersten machen und gucken, wie viel ich dadurch kriege. Oder lieber Hawkson Breakout. Oder Hawkson Breakout, ja. Also dann wirst du definitiv gleich 30 oder so. Oder vielleicht eher ein Loch drüber. Boah, ich muss gar nichts überspringen, ey. Krass. Hinten ist zu. Dann müssen wir irgendwie über hinten, also über Seite raus. Perfekt. Öffne die murkige Wasser-Kontainer. Wenn irgendwas legale Lütung hat, dann wären sie. Räufige, Pistole und Blöcke. Das wird dich glücklich machen. Alter, haben die gute Augen hier. Jetzt hat er doch keine Augen mehr. Ich hab Geld, ich hab Geld, ich weiß nicht wohin damit. Ich hoffe, es wird nicht mehr Terrorismus finanzieren. Es ist nur ein guter amerikanischer Krieg. Erstmal hier sammeln wieder. Erstmal ein Glas Sauerkirsch. Ja. Saft. Saft. Mit 50%, äh, mindestens 50% Fruchtkalk von Edeka Trinken. Trinken? Edeka Hausmarker. Edeka. Was ist jetzt mich verarschend? Mit sauerkirsch. Soll ich das jetzt rausschneiden oder was? Warum? Weil du Vollwerbung für Edeka machst? Ich mach doch keine Werbung für Edeka. Du hast gar nicht gesagt, wie es schmeckt. Du hast gar nicht gesagt, wie es schmeckt. Du hast gar nicht gesagt, wie es schmeckt. Aber... Du musst dich entfäuschen. Deine... Deine... Deine Sauerkirschs... äh, sagt... ...oder... ...Kopfgang von Edeka. Was? Ich dachte, die Edeka-Koog gibt den. Oder nicht? Hm. Okay, ich hab einen erschossen grad. Was? Warum marschierst du Menschen? Was ist denn los mit dir? Weiß nicht. Nicht rauskommen! Nicht rauskommen! Oh Gott! Äh... Wann hat er sich das überlegt? Er hat erschickt schon... Wirf mal runter zu mir wieder. Ja. Eine Kamera ist ja nicht... Hätte ich so ins Wasser werfen müssen. Ähm... Das ist der Depot. Sie wissen, was du tun musst. Nein... Nein... Wir halten dich so... Wenn der Alarm geht... Ich muss dich ausprobieren. Schau. Da ist die Hauptkarte. Es könnte sich bemerkt. Vielleicht find ich noch einen anderen Weg in. Oh. Oh. Ich verstehe nicht. Oh. Oh. Bei mir bist du einfach schon wieder durchgerutscht. Oh. 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 Alter. War das... War das Fiepen bei mir? Ne... Also weiß nicht. Ich hab's auf jeden Fall auch gelacht. Ein Fiepen? Was soll das sein? Vielleicht der Camembert. Ja. Das ist Fiep... 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 Jetzt wollte er grad weggehen. In dem Moment hab ich ihn im Kopf geschossen. Wieso? Wieso nur? Okay, drei dürfen wir noch. Aber erstmal... Das bist du ja nicht dran schuld. Das bist du ja nicht dran schuld. Ja. Kann man's machen? Kann man's machen? Kann man's machen? Watch out. Gorn. 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 Kolumbian. Bolivian. Mexikan. Wherever it's from. It's ours now. Ich hab noch ein bisschen Koks gefunden. Ich hab noch ein bisschen Geld gefunden. Ist es ja nicht? Na. Ma. Warte. Warte. Alter war das knapp. Hinten ist zu, meinste? Ja. 615.000 ey... Krass. Ok. Ich guck mal ob in der... in der Haupthalle wieviel ist Ob ich da grad rein kann Aber die ist piepen, oder? Das ist... ähm... Das ist eine Camo Ja Ich bin halt zu nirgherl Huch 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 Artefakte Nein Huch 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 Kamera Und go Kannst auch 2 Minuten Du wirst zwischendurch immer stehen, dass sie zu lustig raus Mach mir nie aus Ah, du hast welche Fliege? Ich bin doch gar keine Fliege Ich bin doch der Alien Hä? Du bist ein Fliege Richtig das Alien Konzentrier dich auf die Arbeit jetzt Hast du außen schon gecheckt? Äh, ne... Dann check mal außen Ah, geil... Tsch... Tsch... Ich frag mich die ganze Zeit welche Schlösser Kim da oben die ganze Zeit knackt Entschuldigung Eine Minute bin ich jetzt schon unterwegs, ja Verdammt! Das ist ein Original-Bustoff! Niiiice Oh, also... Oben steht halt ein... Doch, nein... Oh ok, jetzt ist er weg Ich bin doch bei uns zuerst hin Ja... Er musste sich jetzt nur ein bisschen beeilen Ja, es ist... Nur... Schmerz zu essen, wenn man mit diesem Ding vor dem Mund... Ach so... Ja ok... Außerdem will ich nicht die ganze Zeit euch die Ohren voll mampfen Helikopter bringen... Ach fuck... Ja, das waren zwei, sonst hätt ich die nicht weggekommen Ah... Dann sag doch was Ja, was soll ich denn sagen? Ja, was soll ich denn sagen? Dass du Hilfe brauchst? Nein, ich trau mich nicht... Ich hab auch meinen Stolz... Ich will das alleine schaffen... Ach scheiße... Ein bisschen Zeit haben wir ja noch... Ich würde heute gern noch mal Hopes und Break abspielen Ja, können wir sehr gern machen... Auf Overkill oder so... Ja... Ja, ja auf alles... Wieso nicht toll ist nun? Das schaffen wir nicht... Nicht? Nicht zu dritt... Nicht mit einem Mastermind... Kannst eigentlich mehrere Runterskreien... Geht das? Weiß ich gar nicht... Muss ich eigentlich mal ausprobieren, ne? Ne, aber was ich meine ist hier... Äh... Inspire... Dass man die Leute wieder hoch schreit... Ja... Das bräuchten schon mindestens drei... Ja... Ich übertreibe... Ich zum Beispiel... Ich brauch das fast gerade... Naja, aber... Wenn du bedenkst, wie oft man down geht bei... Bei Deathwish... Oder die Möglichkeit besteht, dass man down geht... Soll schon ein bisschen aufpassen... Dann check direkt mal außen... Mach da den Weg frei für Kim... Dass er dir die Sachen runterschmeißen kann... Okay... Eine... Ist down... Gut... Auf jeden Fall einpacken und wegbringen... Werf ihn einfach ins Wasser Jonas... Ja... Ja... Ne, ich glaube das ist... So ziemlich das sicherste was man machen kann... Äh... Neben... Die Leichen ins Auto zu legen... Oh, wieso kann ich ihn nicht hier ins Wasser werfen? Ja... Ist das auch noch eine Seite von Guckung? Ja... An der Stelle... An der Stelle... Wo gut ist das glaube ich nicht... Okay... Da ist es versund... Bitte... Ich habe das Gefühl ich habe keine gute Ping... Ich bin oft schon aus der Sicht der Leute raus... Aber... Es wird mir trotzdem noch angezeigt, dass ich drin bin... Ja... Alter... Was war das denn jetzt für ein Knacken hier... Oh... Ich habe den in der Tür erschossen... Weil er mich sonst... Weil er mich schon gesehen hat... Und der andere... Geht jetzt da... Ja... Also haben wir jetzt drei... Äh... Jonas Jonas... Hier hinten raus... Kann ich noch ein Tränen in die Camps machen oder verzichten wir auf die Camps? Was ist... Einfach hinten raus bringen die Taschen... Du brauchst nicht den ganzen Weg schleppen... Du brauchst... Ähm... Weiß ja nicht genau... Also noch... Muss ich nicht auf die Camps verzichten... Also noch können wir ohne... Nein ich bin nicht an die Brechstange rum... Kann man selber machen... Ich hab hier schon gehabt... Da steht... Da geht... Oh... 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 Wenn Jonas irgendwas am... Am Nuddeln ist... Wie bitte? Wenn Jonas irgendwas am Nuddeln ist... Weiß ja nicht Bescheid... Ohohohoho... Er ist an mir zu beim gelaufen... Ich hab' mich gesehen... Alles gut... Hallo... Leute... Ich krieg' hier grade ne Herzkasper ... Ich muss so ein Scheiß- Artefakt transportieren... Ach... Heul nicht rum... Ja... Das ist da nicht viel anstrengender Situation... Jonas läuft noch nicht weg... Ey... Du musst hier gleich das Artefakt wegbringen... Ja... Ich bin hier in Laufwürgen dieses Klo... Ich bringe's weg... Ehi man die sind so viel Bief... Das ist mir viel zu anstrengend hier... Das ist mir echt krass anstrengend... Jetzt kommt auch dieser wichse Ellie, ey. Okay, ich hab ne, ne, ne Keycard. Wollen wir die benutzen für den, den Volt? Volt? Falte? Alles was? Wollen wir nicht den Tresor machen? Ja, können wir vielleicht erstmal das Restliche machen? Ja, ihr seid witzig, ey. Was soll ich denn jetzt machen, wenn der nicht einfach an mir vorbeiläuft? Okay, das war die vierte, würde ich sagen. Nice. Und Restart. Das ist was du auch machen musst. Wieso denn ein physikalisches Praktikum? Ja, muss man halt Experimente machen und Protokolle dazu schreiben. Weil, keine Ahnung, vielleicht verstehe ich's dann mal, was wir überhaupt machen. Jonas, lass mich mal die erste Thermopaste machen. Dann gehe ich direkt nach unten. Äh, direkt nach außen. Es soll noch irgendeinen Bug geben, dass wenn man die zur selben Zeit nimmt, oder setzt, Ja, das funktioniert bei Schlüsselkarten auch. Dass beide die dann bekommen. Warum machen wir das denn? Julian hat's einmal mit mir probiert und die überrechtsstandsummechanik. Ja, einer down. Ist das UHQ? Äh, wir haben nichts, aber die Static-Gun an der Seite. Hinten ist offen. Das ist gut. Ich hoffe, du wirst diesen Marchen-Powder zu unseren Jungen geben. Kann ich zu dir was werfen? Müsstest du ja. Hier in die Richtung, ja. Oh, was? In die Kamera. Oh, was? Garten. 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 Die Merkiewater-Kontaneinoren sind direkt für die Welt-Hotspots. Rack sie öffnen. Das wird dein beste Betten für Loot. Jonas, hast du noch einen Leichensack? Einen hab ich nicht gehört, aber ich bin gerade in mir. Der entfernt sich. Der entfernt sich. Der entfernt sich. Und aus, komm. Unten der Typ, der jetzt einmal runter steht. Hier links um die Ecke steht ein... Einer. Der lebt aber noch, ne? Der müsstest du einmal wegkollen, bitte. Oh Gott. Watch your background. Spare the civilians. Look out, guard. Watch out, guard. Da ist einer. Und Neustart. Wer war denn? Ihr Pimmelköppe. Wir probieren das hier mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ach. Ach. Was wolltest du denn? Ach, ich wollte das auch mal ausprobieren. Oh, sohlemin. Ich soll das auch ausprobieren. Ich soll mir das deine Maske ist ekelhaft. Bitte geh weg damit. Dankeschön. Ja, wir wollen wir das jetzt noch probieren. Drei Mal, würde ich sagen. Und dann guten Dringer sind drei und dann... Hoxenbreaker. Ja. Man bringt eher eigentlich mehr. Jonas. Was ist denn? Nichts. Alles gut. Ich hatte gerade die Sterbung. Erkenntnis zu. Erkenntnis zu. Ich kann nicht erwarten, was diese schädige Arschlüsse auf dem Server schlafen. Großes Werk. Es ist immer ein Markt für untereinander Schäden. Kolumbien, Bolivien, Mexikaner, woher es aus ist, ist es uns jetzt. Lass uns die Banknoten von unseren Allianz aufbauen. Okay, ich schieße einen. Oh, nee, da steht eine Kamera. Da möchte ich nicht erschießen. Meinst du, den kann ich? Ich habe keine Ahnung, ich sehe ja nicht, wo der steht. Wenn der jetzt hochkommt, kannst du ihn kalt machen. Ja, okay. Wenn in der Küche ein Brecheisen ist wohl... Ach, das ist ein Küche. Ich habe es gekriegt. Guard! Kamera, da hinten. Krass. Geh weg von mir, du böse Versöhnlichkeit Draußen steht noch ein zweiter, soll ich den auch noch verfahren? Ja, ich komm runter, ich kann ja sowieso gerade nix weitermachen Pass auf die Cam auf, die direkt hinter der Ecke ist Die da Ach, hast du den Leichen? Ja, ich hol den weg Ach, hast du schon? Ja, hab ich schon Wie schön, dass du geboren bist Nicht, dass ich wüsste Aber auf jeden Fall hab ich gerade Bock dieses Lied zu summen Okay, ich will das, wie du geboren bist In die Sonne zu haben Machst du hier dann? Guck ich mal Was hinten so abgeht Alter, diese scheiß Kamera, die sieht aber auch alles Das war die letzte Szene in der Iraki-National-Gallerie Die Leute sind schuldig Bring einen Container Keine weiteren Wachmänner, weil der zweite Stock ist sowieso irgendwie Ziemlich krass blockiert Ich weiß nicht, kommt man da noch anders rein in den zweiten Stock? Ne, oder? Ja Theoretisch wahrscheinlich die Jungen eine Jump-Action, aber... Da musst du ein Fenster kaputt machen Ja, gehen wir mal nicht davon aus, dass das unser Standard sein wird Ja, wir haben drei ECM's, ne? Vier Vier haben wir Ja Ich weiß, wir können einiges machen, ne? Ja Wenn wir die rechtzeitig setzen, dann können wir... Ja Wieso? Und wie viel Leichensäcke hatten wir schon? Zwei, ne? Oh Gut Ich glaube in der Halle habe ich jetzt fast alles geholt Ja, aber nice Wollen wir uns mal an, das Waffen hoch zu kriegen Ja, gut Ich räume hinten nochmal eins und dann helfe ich euch erst mal Wir haben zwei getötet oder wir haben aber noch keine Keycard mehr So Nein, sein... Nein, bitte, wir haben wirklich genug Säcke. Ich setze ein ECM. Jonas, kannst du versuchen, über oben das liegen und versuch, über oben reinzugehen. Der läuft aber nur 20 Sekunden. Ja, aber ich habe noch, ich komme gleich noch ein Zeichen. Neuer ECM? Oder hast du schon? Läuft noch, läuft noch, läuft noch. Neuer ECM jetzt? Jonas, ich meinte aber nicht von da rein, sondern von da rein. Warte noch, warte noch, warte noch. Es ist eh egal. Ah, okay. Jonas hat hier noch einen umgebracht, das kriegen wir nicht mehr hin. Schade. Wir hatten genug Taschen. Wieso? Sieben mache ich gerade. Was meinst du denn hin von oben? Wie viele ECM wir alle gesetzt haben, ey, krass. Und noch ist kein. Ja, aber das ist ein Artefack, weil die kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir nicht mehr hin. Das ist jetzt, dass du versuchst es nicht mehr. Momentan ruft keiner Alarm. Jetzt ruft einer einen Alarm. Jetzt haben wir ein Problem. Die van wird in einem minuten. Beide sicher, dass du da bist. Also ich sage mal, beim Laufen bin ich schon relativ schnell. Also das ist jetzt gerade mal eine Geschwindigkeit mit dem Kurs. Ja, was macht denn Jonas da? Jonas, transportiert Jonas noch? Was? Achso, haben wir jetzt schon aufgegeben. Ich dachte jetzt. Ja gut, dann Neustart. So ab neun oder so. Weil, weil wenn jeder an die Tasche schnappt. Ja, dann muss man dreimal laufen. Ja, aber falls der Alarm kommen sollte. Und ich meine, wir haben vier ECMs. Dann haben wir immer noch so knapp zwei Minuten. Ja, das würde auf alle Fälle reichen, um noch den Tresor zu machen. Alter. Wenn wir den Tresor machen, sollte ich aber glaube ich die Rüstung nehmen. Ich glaube, ich bin... Ja, es sind ja vier Rüstungsteile, ne? Ja, aber wir kriegen auf den ersten Schlag wahrscheinlich nur drei mit. Und dann müssen wir ja mal schauen, ob wir... Ja, das ist ja auch egal. Können wir uns ja dann noch drüber Gedanken machen. Hast du wieder diese hässliche Maske auf, Jonas? Ja, ich kann die ja nicht wechseln, ne? Wie, das stimmt. Ja, ich finde die auch ein bisschen abartig. Aber pscht. Wenn ich das Jonas sage, dann ist er beleidigt. Hinten ist offen. Das ist gut. Jonas, mach du das mal? Ich mach hier mal die... Jonas, kannst du dann über hinten und dann die von hinten aus die Seite beobachten? Was da so abgeht. Achso, dann gehe ich sofort jetzt nach außen. Hier steht nämlich ein Korb. Hier soll ich den ausschalten? Ja, wenn dir keine Kamera in der Nähe ist, ja. Ja, dann macht den mal weg. Nice. Dann schmeiß ich dir schon mal ein paar Sachen runter. Hier ist ein Korb direkt für die Welt-Hotspots. Krack sie öffnen. Das wird dein bestes Betten für Loot. Räufige, Pistole und Böcke. Das wird mir Gage glücklich machen. Oh, da ist ein Kamera. 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 Das ist doch immer noch dieselbe Kamera, oder? Tasche wegschmeißen und hinhocken. Das hilft manchmal schon. Okay. Ich will jetzt irgendwo... Oh, Jonas. Ach, da. Okay. Ich hab's nicht gesehen. Dieser fette Klumpen an der Wand. Ja, das sah aus wie so ein Lüftungsschacht. Das sah aus wie ein Lüftungsschacht. Einfach... Ja, so ein Lüftungsteil, den wir schon... Stop Drinking. Das ist perfekt. Stop Cooksing, Navas. Sie sind alle überwunden. Okay. So, wie sieht's hier aus bei euch? Ich hab drei Sachen schon aus dem zweiten. Ist nicht mehr so viel jetzt zu holen. Ja, jetzt kommen sie schon mal wieder aus. Die zwei Sachen. Ja. Vorsichtig. Diesmal wird nicht so ein Zuckerschlecken hier. Nee, hier sind zwei Kameras auch aus. Wißt du dir? Alter. Ich hab den mit... Lol. Ich hatte... Alter, 14 Schüsse hat der geschluckt. Du würdest mich ja wohl verarschen. Ey, du würdest mich ja wohl echt verarschen. Das müssen wir nochmal machen. Das ist ein verfickter Scherz. Nee, im Ernst. Das war ein 14 Schuss. Ein ganzes Magazin. Nee, 13 hab ich. Ja, 13. Ist einfacher. Vielleicht dann durch irgendwelche großen Jokes zu machen. Alter, das ist der 23 Uhr. Na und? Loi. Das war wohl ein Scherz, dass der einer steht, oder? Habe ich echt die Fliegenmaske auf? Ja. Schade. Hä, wie? Ich hab keine Termopostum. Hä, ich hatte doch eh ein Termopostum. Jonas, jetzt sag nicht, dass wir die beide jetzt im selben Zeitpunkt angebracht haben. Nee, der leuchtet noch. Das wär die Krönung jetzt. Könnt ihr die Leiche immer eben in, in eine Kanalisation schmeißen? Ähm. Da ist ein vieles. Ja, ja, ja. Wimits, Ammo, und alles, was Murky-Elemente kann liberieren. Check Murky-Water-Containers. Machst du was? Nee, ich mach schon selber. So, okay. So, jetzt geh ich mal in den zweiten Stock. Hinten ist zu. So, ein Mist aber auch. Aber man kann die ja auch irgendwie Taschen und so kann man ja auch das Gitter durchschmeißen. Äh, unten drunter, ja. Ja, brauchen wir aber gar nicht, weil sowieso oben wir die Taschenabkürzung haben. Das heißt, wir müssen eigentlich hinten gar nicht raus. Ich mach schon mal runter, Kim. Ja, willst du die vielleicht irgendwie gleich schon wegbringen? Ja, ja, mach ich. Okay. Fault mit den Simultaneous 2-Card Reader. Probably 10 seconds time lock. They must be hiding something tasty. Okay. Okay. I hope they won't give this marching powder to our boys. Das lässt mich jedes Mal, das lässt jedes Mal mein Herz anschalten, ey. Ist so krass, dieses scheiß Piepen, ne? Ja. Wo meinst du denn? Ups. Kannst du ihm helfen? Ja, ich mach schon. Das ist auch schon hier so ein typischer Jonas. 10 Sekunden. 11. 11. 11. 12. 13. Alter. Bist du ein scheiß Lacker, ey. Oh, danke schön. Danke schön. Was hast du gesagt, das schaffe ich. Friss doch! Ey, ne. Alter. Möchtest du dir nicht vielleicht eine scheiß gedämpfte Maschinenpistole oder so holen? Ja. Das ist so ein Scherz. Okay. Hoxen Breakout. Ich habe noch ein, ob ein, ob ein, ob ein. Vielen Dank.